Musik Hier sind die Ems-TV News. Heute ist Freitag, der 20. November. Ich begrüße Sie zu den regionalen Nachrichten. Der Landkreis Emsland meldet aktuell 623 infizierte Menschen. Neuinfiziert seit gestern sind 92 Personen, genesen sind 88. Somit ist die Gesamtzahl der momentan Betroffenen um zwei gestiegen. Derweil haben wir im Emsland zwei weitere Todesfälle in diesem Zusammenhang zu verzeichnen. In häuslicher Quarantäne befinden sich rund 2140 Menschen. Er liegt mittlerweile 25 Jahre zurück. Der Fall Elke Sandka. Eine junge Frau macht sich in der Nacht allein auf den Heimweg. Dabei stieß sie auf einen Mann, der ein ausrangiertes Taxi fuhr. Sie stieg ein, floh jedoch nach kurzer Strecke auf ein Feld. Der Mann holte sie ein, versuchte die junge Frau zu entkleiden, um sie sexuell zu missbrauchen oder zu vergewaltigen. Als dies misslang zerriss er den Polunder der Frau und erdrosselte sie damit. Das Urteil vom 13. März diesen Jahres zu diesem Fall ist nun rechtskräftig. Der mittlerweile 66-jährige Täter wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Am Donnerstagmorgen ist es zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk an der Straße Esterfelder Stiege in Meppen gekommen. Die Täter bedrohten die Angestellte mit einer Pistole und forderten die Herausgabe von Bargeld. Ein weiterer Angehöriger des Kiosks kam dazu und forderte die Täter eindringlich auf, den Raum zu verlassen. Daraufhin flohen die beiden ohne Beute in unbekannte Richtung. Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden, es wurde Haftbefehl gegen sie erlassen. Bei einem Brand soll bekanntlich die 112 gerufen werden. Die Feuerwehr rückt dann an, um zu löschen. Diese Sicherheit haben viele Menschen in Afrika nicht. Die dortigen Feuerwehren sind schwach ausgestattet und können gegen große Feuer wenig bis gar nichts tun. Eine Hilfsorganisation aus dem Emsland sorgt nun für Unterstützung. Auf den ersten Blick macht diese Halle in Freeren keinen besonderen Eindruck. Hinter verschlossenen Türen verbirgt sich aber etwas wahrlich Ungewöhnliches. Das European Support Team hat seit 2018 seinen Sitz in Freeren und sammelt Ausrüstung für Feuerwehren in Afrika. Zusätzlich hilft die Organisation bei der Ausbildung der Brandbekämpfer. Also am Anfang hatten wir natürlich noch nicht die Größe, die wir jetzt erreicht haben. Das heißt, man muss mit dem Material vor Ort auskommen. Das war oftmals sehr schwierig und herausfordernd, ohne Material eine Feuerwehr auszubilden. Genau, und das ist einfach eine Entwicklung der Zeit. Wir waren sehr gut, sehr schnell, haben jetzt einige namhafte Unternehmen, auch die unser Sponsor sind. Viele, viele Feuerwehren, die uns dankbar unterstützen. Und das ist die Strategie hinter unseren Projekten. Ohne Ausrüstung kann man nicht ausbilden. Und deshalb schicken wir, das ist jetzt das aktuelle Projekt in Kilifi County in Mombasa oder bei Mombasa, erst Material runter und fangen jetzt hoffentlich im Februar an, dann mit der Ausbildung auf dieses Material. Am vergangenen Freitag wurde ein Container beladen und verschifft. In acht Wochen soll die Fracht das kenianische Mombasa und die Stadt Kilifi erreichen. Brände wie diese gehören immer wieder zum Alltag in Afrika. Durch den Aufbau funktionierender Feuerwehr- und Rettungsdienstsysteme machen es sich die Ehrenamtlichen zur Aufgabe, das alltägliche Leben der einheimischen Bevölkerung sicherer zu machen. Man muss einfach mal mit Kenia anfangen. Kenia ist flächenmäßig zweieinhalbmal so groß wie Deutschland. Deshalb, wir fangen erst mal mit Kenia an, würde ich sagen. Ja, wir möchten natürlich weitere Counties ausrüsten. Wir möchten das Ganze natürlich noch weiterbringen, Fahrzeuge runterschaffen etc. Das Ganze auf einen bisschen stabileren Bein noch stellen, auch finanziell gesehen, wo uns natürlich jetzt die aktuelle Krise sehr nach hinten geworfen hat. Und ja, das sind so Pläne, weitermachen, langfristige Projekte am Leben lassen und und und. Im Februar werden Freiwillige nach Kenia fliegen, um vor Ort die Anwendung von Atemschutzausrüstung einzuüben. Das Bemerkenswerte, nicht nur nehmen sie sich dafür extra Urlaub, sie zahlen sogar alles aus eigener Tasche. Falls sie das European Support Team dabei unterstützen möchten, die Feuerwehren in Afrika weiter auszurüsten, die Initiatoren freuen sich über jede Unterstützung. Gestern ging es heiß her im Lingener Stadtrat. Neben einer Wiederwahl sorgten vor allem Anträge der SPD für viel Diskussionsstoff. Bei der Lingener Stadtratssitzung standen einige emotionale Hoch- und Tiefpunkte auf dem Programm. Darunter die Wiederwahl des Stadtbaurates. Lothar Schreinemacher wurde mit 39 Stimmen bei nur einer Gegenstimme für eine zweite Amtszeit in seiner Position bestätigt. Damit wird er auch in den kommenden acht Jahren die Baumaßnahmen der Stadt koordinieren. Der Oberbürgermeister freute sich über die Wiederwahl des Stadtbaurates. Ich bin sehr froh, denn wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit im Verwaltungsvorstand mit ihm als Stadtbaurat. Wir haben sehr viele Produkte und Projekte in dieser Stadt, die umgesetzt werden müssen. Er hat ein breit gefächertes Fachspensum, was man hier wirklich vorweisen kann. Und vor allem er hat die Kompetenz zu kommunizieren, miteinander mit den Bürgern in den Dialog zu treten, dass wir gute Lösungen finden und dass sich die Stadt weiterhin so entwickeln kann, wie sie es gerade tut. Allerdings verlief nicht die ganze Sitzung so harmonisch wie die Wiederwahl von Lothar Schreinemacher. Bei einem Antrag der SPD-Fraktion für die Einrichtung von Ortsräten in der Innenstadt war keine große Einigkeit vorhanden. Ich habe damit gerechnet, dass es die CDU ablehnen wird, weil das ist, sage ich mal, auch ein gewisser Machtverlust der CDU, wenn die jetzt mehr die anderen Parteien dort beteiligen müssten und es eigene Gremien dort geben würde. Also das wäre schon ein starker Einschnitt. Ich glaube, wir haben so die CDU dann an der Achillesferse getroffen, wenn wir so einen Antrag stellen. Aber ich hoffe, dass die CDU auch mit den Jahren lernt, weil die haben die Mehrheit, die können so etwas ablehnen, dass sie verstehen, dass das eigentlich Wunsch und Wille der Bürgerinnen und Bürger ist. Also sozusagen war es dann jetzt für die Leute der Innenstadt heute ein schwarzer Tag. In dem Antrag gehe es um die Gleichbehandlung der Bewohner der Stadtteile und um die Schaffung größerer Möglichkeiten der politischen Mitbeteiligung. In den Ortsteilen gibt es Ortsräte. Das ist sozusagen untergeliedert von dem Stadtrat, so einem Mini-Stadtrat, sage ich es mal. Das hat der Stadtkern, die Innenstadt, halt nicht. Da gibt es sowas nicht. Die haben gewisse Privilegien. Die haben eigene Töpfe, woraus die entscheiden können, was die an die Bürgerinnen und Bürger vergeben können. Die haben Themen, die dort besprochen werden. Dort werden verschiedene Sachen vorgestellt, was da in Zukunft passiert. Das alles gibt es für die Innenstadt nicht. Ähnliche Anträge wurden bereits viermal abgelehnt. Zuletzt im Jahr 2000. Verwiesen wird dabei auf die bereits bestehenden Prozesse in der Innenstadt. Dort haben sich über viele Jahrzehnte hervorragende Strukturen gebildet. Wenn man jetzt dort etwas rüberstülpt und was Neues macht, fühlen sich die Bürger auch vor den Kopf gestoßen. Die sagen, wir haben doch gute Arbeit geleistet. Wenn ich nach Reusch-Berke gehe, was im Ems-Auenpark dort alles entstanden ist. Wenn ich nach Heukamstann gehe, was dort entstanden ist, oder auch nach Damaschke, das ist ja gerade hier genannt worden, dann brauchen die sich in keinem Falle irgendwie hinten anstehen, sondern werden natürlich auch mit städtischen Mitteln genauso bedacht wie anderen auch. Einem weiteren Antrag der SPD-Fraktion zur Schaffung eines Corona-Beirates wurde ebenfalls nicht zugestimmt. Dieser sollte aus den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses bestehen und öffentlich tagen, um den Bürgern Informationen zur Corona-Lage präsentieren zu können. Immerhin wurde über einen Kompromiss gesprochen, nachdem Informationen zur Pandemiesituation regelmäßig im Stadtrat besprochen werden sollen. Die letzte Sitzung in diesem Jahr wird am 17. Dezember stattfinden. Alle Verkehrsteilnehmer, die regelmäßig in Meppenfersen unterwegs sind, dürfen sich freuen. Früher als geplant ist die zweitgrößte Brücke des Emslandes fertiggestellt worden. Dominik Kemmer hat sie getestet. Das ist sie, die neu gebaute Flutmuldenbrücke in Meppenfersen. Nach nicht einmal zweijähriger Bauzeit wurde sie heute vom Landkreis Emsland vorzeitig freigegeben. Der geplante Kostenansatz von rund 6,5 Millionen Euro konnte bei dem Großprojekt eingehalten werden. Ich freue mich, dass wir auch schneller fertig geworden sind. Das ist ja nicht immer der Fall bei Bauprojekten, als eigentlich geplant war. Und wenn der Zuschauer jetzt sozusagen hinter die Kamera schauen könnte, dann würde er sehen, dass hier ganz viele Fersner mit Rädern da sind, die wirklich darauf gebrannt haben, jetzt hier rüber zu fahren. Das entschärft die Situation, die momentan tatsächlich angespannt ist. Zufahrt nach Meppenrhein, siehe Lambertsbrücken, die eine Lastbeschränkung haben. Ganz enorm. Also ein schöner Tag. Im Januar 2019 wurde die alte Brücke für den Verkehr vollständig gesperrt. Die Fahrbahn ist aus Verkehrssicherheitsgründen auf sieben Meter erweitert worden. Die neue Brücke ist zehn Meter länger als die alte. Den Fersnern ist besonders die neue Optik aufgefallen. Sie freuen sich natürlich auch, dass jetzt der Fersner, gerade auch morgens die Schüler, die ja diese Brücke auch nutzen, hier wieder nach Meppen hinein können, ohne Umwege zu fahren. Also insofern, die Fersner sind, glaube ich, sehr glücklich. Und der Ortsvorsteher hat es vorhin auch noch mal sehr deutlich gesagt. Es ist ja eine andere Brücke geworden, auch aufgeständert in der Flutmulde. Aber insbesondere auch das Geländer in Blau-Grün passt ganz gut. Es sind die Landkreisfarben, es ist hier eine Kreisstraße. Also insofern, ich glaube, auch das hat bei den Fersnern noch dazu geführt, dass sie sie ganz gut finden. Knapp zwei Jahre nach Baubeginn durfte die neue Brücke heute erstmals genutzt werden. Auto- und Radfahrer ließen sich nicht zweimal bitten. Über die zweitlängste Brücke des Emslandes freuen sich nicht nur die Fersner. Es gibt sie in verschiedensten Größen, künstlich oder aus der Natur. Und nur einmal im Jahr zieren sie die Häuser. Weihnachtsbäume gehören zur Adventszeit wie Geschenke, Glühwein oder Lebkuchen. In Lingen wurde heute ein besonderes Exemplar aufgestellt. So viel vorweg, in mein Wohnzimmer passt er nicht hinein. Am Vormittag wird geschraubt und getüftet. Ein paar Stunden später kann man dann schon erkennen, was es wird. Der größte mobile Weihnachtsbaum Niedersachsens steht dieses Jahr in Lingen. Mitten in der Stadt ist der 25 Meter hohe Baum nicht zu übersehen. Der Weihnachtsbaum ist ein künstlicher Weihnachtsbaum. Wenn man näher rangeht, sieht man, dass das Grün eben nicht echt ist. Das heißt, wir mussten keine Tanne, die über 60, 70 Jahre gewachsen ist, fällen, sondern es ist tatsächlich alles künstlich. Aber sie trotzdem finden wir jedenfalls relativ natürlich aus. Es sind eine Million LED-Lampen an dem Baum verbaut, sodass man wirklich auch ein schönes, spektakuläres Lichtensemble hat. Dieser Baum wäre natürlich der Hingucker auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Dieser fällt aber bekanntlich aus. Trotzdem wird es im Stadtkern schon bald sehr besinnlich. Montag wird der Baum mit der Spitze und dem Stern finalisiert. Dann ist alles fertig. Dann leuchtet er auch ab Montag und dann zum ersten Advent natürlich pünktlich auch die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt mit den Glocken und den Sternen, sodass wir dann eine festlich geschmückte Innenstadt zur Adventszeit haben. Das Fest der Liebe wird dieses Jahr nur unter Einschränkungen gefeiert. Auf die vorweihnachtliche Stimmung müssen wir aber nicht verzichten. Auch dank des Baumes, der sicher nicht nur Kinderaugen strahlen lassen wird. So, dann geht es für mich jetzt nach Hause in mein offensichtlich viel zu kleines Wohnzimmer. Denn das waren Sie, die EmsTV News für diese Woche. Alle Informationen am Wochenende wie immer unter www.emstv.de. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Haben Sie eine gute Zeit. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017